Hallo zusammen, weil es ja weiter keine Wettkämpfe gibt und auch der BDS Altstadtlauf dieses Jahr ausgefallen ist, wollen wir jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir wollen virtuell zusammen laufen und für eine gute Sache Geld sammeln. Als es dich schon auf 1846 wollen wir gemeinsam mindestens 1876 Kilometer laufen, um mindestens 1846 Euro für den Kinderschutzbuch zu sammeln. Schickt uns einfach ein Screenshot von euren belaufenden Kilometer mit einer Running App. Ihr könnt gerne auch öfters laufen. Die ganze Aktion wird bis Ende Pfingsterien, also dem 14.06. Lauf und endet genau um 1846. Es wäre toll, wenn ihr einen Sponsor findet, der im vorgelaufenen Kilometer 1 Euro spendet an unsere Aktion. Wenn nicht, ist das natürlich auch kein Problem, da zählen eure Kilometer trotzdem. Egal ob schnell oder langsam, Hauptsahler im Aktuellen Mittelpunkt. Ganz nach dem Motto, die SG bewegt schon aus. Ja, dass Sie wichten und in der anderen Seite sind. Da sind noch nicht auch die Wiren, da sind auch die Hello, hier in Wirkung. Und da sind wir noch nie mit der Wenn wir alleice Drei-Laufgänger-Konferen-Konferen-Konferen-Konferen-Konferen-Konferen-Konferen-Konferen-Konferen-Konferen-Konferen-Konferen die